Das war immer so. Da gibt's da halt wirklich Schmerzen, Mann, ja. Jetzt geht's los. Ich kann nicht so fahren. Ich kann nicht so fahren. Ich kann nicht so fahren, ich würde sagen. Ich kann nicht so fahren. Ich kann nicht so fahren. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt haben wir Helm Babylose. Der Kette, der Kette, der Kette. So, das war der Vormen Gister. Das war's für heute. So Freunde, wie schaut was aus da denn? Wollt ihr noch mal? Wollt ihr alle noch mal? Da geben wir noch mal Gas, Freunde, noch eine Runde. Reise, das ist eine Runde. Ein Lektor, ein Lektor, ein Lektor, ein Lektor. Die letzte Runde der Endspurt, die letzte Runde Tempo. Da kann ich aber besser werden, wenn man die Heiziger hat. Die letzte Runde Vollgas. Die letzte Runde ist hart. Es bleibt, es bleibt kalt. Die letzte Runde Affenstack heute auf ein neues Neuheisenrunde. Die Tickets gibt es unter der Klasse auf eine neue Fahrt, neue Runde. So, dann war es auf ein neues Neuheisenrunde. So, dann war es auf ein neues Neuheisenrunde.